Nach dem Cliffhanger am Ende des letzten Parts kann es nun weitergehen mit Yo-Kai Watch 2. Kräftige Seelen. Wir haben uns ja mit Chibanyan verkracht. Er ist weggelaufen und dann in die Arme von Goldie und Sylvie geraten. Was mit ihm passiert ist, finden wir es heraus. Au, 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 au! Was? Warum kann ich mich nicht vernünftig aufrechnen? Nya, nya, miau? Ich dachte es mir fast. W-was? Ich bin wieder eine Katze! Beim Namen Chibanyan, jetzt wieder, ist ein Fragezeichen. Sind wir jetzt überhaupt wieder Chibanyan? Er ist ja noch kein Yo-Kai. Es wurde auch in der TV-Serie immer intensiver behandelt, das Thema. Finde ich gut. In Teil 1 wurde es nicht weiter beleuchtet, was da war mit dieser Amy. Aber okay, bin gespannt. Und das ist das Haus, in dem ich früher mit Amy gewohnt habe, oder? Bin ich in der Zeit zurückgereist? Was soll ich tun? Warte mal, ist Amy hier? Ich seh mich mal um. Können wir jetzt nicht ernsthaft als Katzen-Chibanyan spielen? Ach krass, ey. Haha, irgendwie niedlich. Dieser Schreibtisch. Es ist definitiv der gleiche. Das war Amys Lieblingsschreibtisch. Ich hatte ihn schon immer. Sie hatte ihn schon immer. Wow, das ist cool. Das ist nice. Wird die Geschichte tatsächlich weitererzählt? Endlich, müsste man meinen. Elternschlafzimmer? Manchmal ist das Ausrufzeichen da. Genau, das ist das Zimmer von Amys Eltern. Mann, ich war nie wirklich hier drin. Es macht mich irgendwie nervös. Okay, gehen wir mal runter. Krasse Quest. Nein, du liegst falsch. Diese Stimme klingt wie die von Amy. Deine Noten sind lausig. Immer bist du bei deinen nichtsnutzigen Freunden. Nein, ich hatte Magenschmerzen und konnte ein paar Tage nicht zur Schule. Das ist wirklich enttäuschend. Tristin beseelt ihre Mutter. Und wir können das sehen als normale Katze. Interessant. Ich wusste nicht, dass ich dich zu einer Lügnerin erzogen habe. Ich lüge nicht. Warum hörst du mir nicht zu? Ach! Wie heißen wir denn als Katze? Rosti. Ja, ich erinnere mich. Wie gesagt, TV-Serie. Weil wir so ein... Die Farbe ist halt so rostrot, ne? Oh, Rosti. Amy, nach all dem ist der Yokai schuld. Lass uns mit ihm reden. Alles wird gut. Sie versteht dich nicht, ne? Sie... Sie kann mich nicht hören. Sie glaubt mir einfach nicht. Dabei habe ich wirklich nicht gelogen. Mama kann so erbärmlich sein. Ich versuche es dir doch zu erklären. Das liegt am Einfluss des Yokai. Aber du kannst mich nie auch immer nicht mehr hören. Ich bin so froh, dass ich wenigstens mit dir reden kann, Rosti. Amy. Aber hörst du nicht. Dass du dich von einem Laster überfahren lässt. Du erbärmliche Katze. Ja. Erklär das mal, ne? Wie konnte die liebe Amy, die hier vor mir sitzt, so etwas über mich sagen? Dafür muss es einen Grund geben. Aber vielleicht... Weißt du, was mir guttun wird, Rosti? Frische Luft. Komm! Vor allem würde ich die gerne in der Gegenwart treffen. Und mal so richtig die Meinung geigen. Ach, es ist so schön in der Sonne. Ich liebe diesen Ort. Es fühlt sich an, als würde der Himmel nur mir gehören. Dat würde ich sehen. Wie man mit seiner Hauskatze einfach so rausgeht und sich da hinpflanzt und die Katze bleibt doch da sitzen. Ha, ha, ha. Die Entwickler haben Humor. Jawohl, das tut gut. Ach, Rosti. Habe ich dir erzählt, dass ich Vorsitzende des Schülerrats bin? Wirklich? Das wusste ich noch gar nicht. Ich habe also eine Vorbildfunktion. Ich muss immer vernünftig sein. Aber das heißt auch, ich kann mit niemandem wirklich reden. Außer mit dir. Danke dafür. Aber ich habe eigentlich noch nie gefragt. Ist das eigentlich okay? Miau! Ach, das ist gut. Danke. Bitte versprich mir, dass du noch lange bei mir bleibst. Voll traurig. Jedes Kätzchen weiß, dass es auf sein liebevolles Frauchen aufpassen muss. Verstehst du? Miau! Am nächsten Tag? Rosti! Rosti, wo bist du? Amy, hast du mich gerufen? Ne, ich meine Miau! Warum nicht? Ja, ich bin Rosti. Also das Leben als Katze, da kann man sich echt gut gehen lassen. Na gut, das Essen ist nicht das Beste, aber warum heißt der? Es ist sehr chillig. Hey Rosti, willst du mit mir einkaufen gehen? Ich kaufe dir auch was Schönes. Was denkst du? Äh, Miau! Guter Junge. Toll, wir werden sehr schnell sein, also sei vorsichtig und fall nicht runter. Ich bin mir unsicher. Rosti, was meinst du? Miau! Nein, das ist es nicht. Ich hab mich entschieden. Es ist erbärmlich. Die mit ihrem Wort erbärmlich. Ja, das ist für dich. Es wird also intensiv gezeigt, wie gut es Jibanyan früher bei Amy ging. Ich bin gespannt auf den letztendlichen Plot-Twist. Das war ein Missverständnis, es muss ja eins gewesen sein. Na, das ist doch mal ein schönes Kleid. So wünschen sich manche Mädels vielleicht ein Haustier, ne? Aber so eine Katze juckt das nicht. Und die läuft auch hin, wo sie will, ne? Ja, Gott, ich spiel jetzt mit. Weißt du was, Rosti? Wenn ich groß bin, möchte ich Designerin werden. Ich werde tonnenweise tolle Klamotten entwerfen. Das ist mein Traum. Das schaffst du sicher, Amy. Dein Geschmack in Sachen Haustier ist immerhin schon tadellos. Tja, die Jokai Goldie und Sylvie wollten uns die Jokai-Verbündeten nehmen. Und wenn man das so sieht, scheinen sie das ja geschafft zu haben. Aber letztendlich kommt es ja doch, wie es kommen muss, oder? Und zum dritten, wenn nicht sogar zum vierten Mal laufen wir jetzt hier die Treppe runter. Die Mutter? Ne, sie ist es. Och, Rosti, ich wollte gerade rausgehen. Wolltest du mitkommen? Ja. Du bist wie mein Schatten. Du willst in letzter Zeit immer hier bei mir sein. Dann lass uns losgehen. Klar. Klar, Rotler ist immer. Oh, die Kreuzung, die Kreuzung, ganz gefährlich. Weißt du, was total verrückt ist, Rosti? Mama redet immer noch über meine Noten. Sie glaubt mir einfach nicht. Dabei weiß sie ganz genau, dass ich krank war. Wie erbärlich ist denn das? Miau. Danke. Du bist wirklich der Einzige, der mich versteht. Amy. Hallo, Maria. Hallo, Biene. Hallo, Maria und Biene. Miau. Beseelt auch noch. Ach ja. Ja, so war's. Ich erinnere mich wieder. Ich weiß wieder, warum ich von dem Lastwagen angefahren wurde. Nichts überstürzen, Kätzchen. Wer spricht da? Jetzt verstehe ich's. Auch in der TV-Serie wurde einfach nur gezeigt, um was es ging. Und zwar hat Jibanyan halt sie weggeschubst und ist so selbst gegen den Laster geprallt, starb und wurde zum Yokai. Jetzt hat er wohl die Chance, das zu verändern, um so weiterzuleben wie bisher. Dein Leben nicht nur einmal, sondern zweimal für einen Menschen zu opfern. Warum würdest du deinen Fehler wiederholen? Wir haben dir die Chance gegeben, als Katze weiterzunehmen, nicht als Yokai. Überleg es dir gut, Katze, oder du wirst es bereuen. Ich, ich, ich werde auf keinen Fall es bereuen. Ich würde alle meine sieben Leben geben, um Amy zu beschützen. Dann will ich aber erklärt haben, warum sie das mit der erbärmlichen Katze sagt. Rosti? Rosti, bist du, bist du tot? So bin ich also gestorben. Bist du gestorben, um mich zu retten? Du lässt mich einfach so zurück, von dem Laster überfahren? Das, das ist so erbärmlich. Erbärmlich, erbärmlich, erbärmlich. Warum musste meine Katze sterben? Amy hat mich nicht gehasst. Sie hat mich bis zum Schluss geliebt. Ich war so lange böse auf sie. Ganz ohne Grund. Kosti, ich danke dir. Amy, ich muss Abschied nehmen. Ich weiß, du wirst einmal eine große Designerin sein. Ich werde dich niemals vergessen, Amy. Tja, nee, 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 nee. Das lasse ich nicht gelten. Und zwar, ja, hat seine Richtigkeit. Und ich verstehe, wie die es in Japan damals gemeint haben. Aber dann kannst du es nicht übersetzen, dass sie sagt, du erbärmliche Katze. Du kannst sagen, dass sie sagt, wie erbärmlich war das denn? Oder wie erbärmlich ist das? Aber nicht, du erbärmliche Katze. Was sie ja, haben wir auch in der Rückblende nicht vor allzu langer Zeit gesehen, gesagt hat. Aber nicht, ähm, nee, nee. Also da haben die deutschen Übersetzer in meinen Augen gefailt. Hätten sagen können, wie erbärmlich ist das? Und dann kommt raus, sie meinte sich selbst und nicht ihn als Katze. Oder Karte halt. Ei, ei, ei. Und in Teil 1 sagte sie, du bist so ein Loser. Meinte sich selbst als Loser. Da passt es erbärmlich in der Tat besser. Aber sie sollte nicht sagen, du erbärmliche Katze. Sondern, wie erbärmlich ist das denn? Das wäre der passende Satz gewesen, von Anfang an. Ja, gut. Sowohl in Teil 1 als auch in der TV-Serie war das denen anfangs nicht bewusst, wie die Story noch fortgesetzt wird. Dass sie sich selbst meint und nicht Jibanyan. Aber, hm. Was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ist es vernünftig, erklärt? Und hätte er lieber als Katze weiterleben sollen? Ach komm. Bei uns wäre das auch nicht schlecht. Und als Jokai ein bisschen rumzukämpfen und so, ist es wahrscheinlich sogar spannender als so ein ruhiges Katzenleben. Jibanyan, da bist du ja. Was ist passiert? Du bist einfach so verschwunden. Es war eine seltsame Erfahrung. Aber ich bin froh, sie gemacht zu haben. Es scheint, als hätten wir es nicht geschafft, Jokai und Kin zu trennen. Wie erklärt er das nur unserer Anführerin? Ach, sie muss sich ja nicht mit unseren Katzengeschichten langweilen. Ah, stimmt. Dazu bestimmt er, ob kein Grund. Ah, die beiden Schabracken, ey. Jibanyan, es tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen. Ich werde versuchen, eine bessere Katze zu sein. Zugegeben, ich bin einfach eingezogen und habe das ganze Haus vereinnahmt. Naja, es war nicht alles schlecht. Hoho, seht euch an, wie diese schöne Freundschaft wieder erblüht. Gut, ich weiß was. Lass uns nach Hause gehen und einen Schokoriegel teilen. Gute Idee, ähm, oh oh. Alle schon aufgegessen? Hä, stimmt etwas nicht? Ähm, wegen der Schokoriegel. Jibanyan, hast du für alle gegessen? Äh, ja, Katzen-Yokai mögen Schokoriegel? Du bist ein Dieb, ein Schokodieb. Ich esse, was ich will, wann ich will und so viel ich will. Beef. Es sieht so aus, hätte sich rein gar nichts verändert. Dann nenn es eine Hassliebe. Das war die Quest Jibanyans Geheimnis. Ich fand es sehr schön gemacht. Perfekt. Perfekt. Hä, wir haben ja sogar noch ein Team. Lang nicht mehr gekämpft, ne? Schon ein paar Parts her. Ohne Scheiß. Glocke der Erinnerung. Ja. Ey, ich hab bei anderen schon so viele neue Bonus-Szenen gesehen und ich krieg nur den alten Scheiß. Das tut mir leid. Mach's gut, Engelchen. So. Hm. Dann können wir uns jetzt ja eigentlich um die anderen, äh... Oh Gott, das ist schon spät, weil... Ah... Moment, was haben wir? Die anderen Quests werden sich doch auch lösen lassen. Wisst ihr, was nicht geht? Der Typ bei Rund um die Uhr. Das wird nicht funktionieren. Wenn dunkel ist, oder? Deswegen eile ich mal ganz schnell zu dem und höre mir an, was ich für Rang C machen muss. Das war ja auch eine der Schlüssel-Quests, bevor die Story weitergeht. Wie sie das unterteilt haben, finde ich eigentlich ganz nett. Ey, da müssen wir echt noch flugs hin. Bevor alles wieder dunkel wird und wir nix machen... Ja gut, wir können uns ins Bett legen, schlafen und die Sache hat sich, aber... Aber ja, ich geb trotzdem mein Bestes vorher. Rund um die Uhr. Hallo. Aha, da bist du. Ich hab mir gedacht, dass du bald wiederkommst. Gut, du musst einen Test bestehen, damit ich deine Uhr nochmal aufrüste. Oh, sie können meine Yo-Kai-Watch noch stärker machen? Oh ja, deine Watch hat noch großes Potenzial. Also, bist du interessiert? Ach, natürlich, ey. Ach nee, Rang B geht's ja schon. Aber du musst drei starke Yo-Kai besiegen, so wie letztes Mal. Wenn du das schaffst, röst dich zu belohnen, deine Yo-Kai-Watch auf. Hört sich gut an, ich bin dabei. Gute Antwort. Also gut, hier sind die drei Yo-Kai, die du besiegen musst. Oh, vorher noch eine Frage. Kennst du Stadenstedt? Ja, da war ich schon. Gut, dort findest du die Yo-Kai, die du besiegen musst. Zuerst Lungerhai, den du in der verborgenen Werkstatt findest. Dann findest du Veteran und Wendig in der Strandhöhle. Ich muss sagen, sie sind ziemlich stark, aber wenn du sie besiegst, röst dich keiner deine Yo-Kai-Watch auf. Du wirst es mehr als verdient haben. Hört sich an, als müssten wir uns ranhalten, Let's Play, Markus. Passt schon. Okay. Ich darf dich jetzt auch wieder benutzen, das ist schön. Und wir gehen erstmal zum Waldberg aus mehreren Gründen. Wir haben die Quest angenommen, das ist schön und gut. Aber wir haben noch die folgenden Quests. Und zwar die Sachen von unserem Vater. Da sollen wir uns eigentlich voll beeilen. Der hat die im Zug liegen lassen. Ich lass mir damit Zeit ohne Ende. Dann die Wortschranken und das Mitsubanien haben wir gelöst. So, und als optionale Quest habe ich das... Ne, das ist ein alter Mann, der hat damit auch wieder nichts zu tun. Habe ich noch was angenommen mit den Kindern, die wollten irgendeinen Quatsch am Waldberg. So, ich will auch an den Waldberg, aber zum heiligen Baum, um den Yo-Kai-Maten zu benutzen. Vier Münzen dürfen wir erhalten oder einsetzen und das mache ich doch mal instant. Mal sehen, was dabei herauskommt. Manchmal Items, meistens Zeniten. Es kommt auch mal Yo-Kai bei raus und mit viel Glück sogar ein geiler Esran-Yo-Kai. Da ist nur ein Pflaumen-Reißball drin. Ist okay. Man kann nicht immer Glück haben. So, ich nehme erstmal die, die doppelt sind. Eine rosa Münze. Oder sagen wir eine pinke Münze. Trotzdem, wir können pro Tag nur vier Münzen einsetzen. Oh, Schnuckiwatz. Der ist gar nicht schlecht. Es gibt doch Knuffiwuffi und ich glaube, das ist eine Art Weiterentwicklung. Dieses Gefühl hat uns das Schicksal zusammengeführt. Vielleicht. Aber ein Esran kann das nicht sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir gucken gleich mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Yo-Kai bekomme durch einen Yo-Kai-Maten. Harte Angelegenheit. Ne, da gucke ich mal sofort. Andererseits können wir noch zwei Münzen reinschmeißen und bekommen dafür vielleicht auch Yo-Kai. Also, let's go. Gelbe Münze. Aha. Was dann wirklich wie eine Goldmünze aussieht. Im klassischen Sinne. Heilige Klugel. Oh. Ey, die gibt viele Erfahrungspunkte, ne? Ach, du Schande. Heilige? Das sind die Höchste. Oh, und das war's auch schon. Yo-Kai-Maten ist verschwunden. Er erscheint täglich um sechs Uhr früh, abhängig von deiner Systemuhr. Ihr müsst ja berücksichtigen, wenn ich Yo-Kai-Watch aufnehme, nehme ich nicht nur ein Part auf, sondern vielleicht drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs. Maximal. Ähm, aber... Ich kann nur jedes Mal einmal, ne? So, handhabe ich das. 20.000 Erfahrungspunkte. Der hier gibt nur 2.000. Was zum Teufel. Moment. Bevor ich die Klugeln verfüttere, will ich gucken, was das für ein Rang war. Rang A in der Tat. Das ist gar nicht schlecht. Gegner freunden sich seltener mit dir an. Unbeliebtheit ist dein Talent. Oh, da will ich den eigentlich nicht im Team haben. Hatte ich jetzt auch nicht geplant, ne? Das am Rande. Prügel, Sense, Betrug, heilt die Herzen und LP von Freunden, wenn er was Süßes macht. Wenn er etwas Süßes macht. Also sein Ulti-Seel ist Heilung. Betrug. Ich würde jetzt mal auf Nein gehen. Ich denke auch nicht, dass er sich noch entwickelt. Wir haben ja Kasanovo ebenfalls. Das ist ja so ein Heiler. Das war keine schlechte Sache. Dieser Yokai. Aber nope. Einfach nur Nein. Das ist unser Team. Kasanovo hat es am meisten verdient, möchte man sagen. Ich würde mir überlegen. Okay. Ich gebe das ihm. Ich gebe ihm auch das. Ich gebe ihm auch das. Aber dann bin ich am überlegen. Sie ist jetzt ein Dino. Eins berührte eine winzige Echse, diese Klugel. Eigentlich ist sie eine Klugel, aber in der Beschreibung steht Kugel. Aha. Sie ist jetzt ein Dino, die winzige Echse. So. Der niedrigsten Level haben Kasanovo und Schattennato. Ich werde aber Kasanovo das nicht geben. Schattennato hat die besten Karten. Hardcore. Bitteschön. Ich hoffe, das hat sich für dich gelohnt. Also er bleibt im Team, weil es ein Rang ist. Und ja, da gehen die EP nicht verloren. So. So, ihr Lieben. Wunderschön. Noch eine Quest annehmen? Oder war das nicht sogar? Jo, Kindchen. Du bist hier, um einen Talisman zu kaufen, nicht wahr? Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber heutzutage ist dies kein Ort für Kinder. Wirklich? Warum denn? Seit kurzem verschwinden um den Schrein herum immer mal wieder Leute. Und auch nicht von allein. Sie kommen hierher, um zu entspannen und bumm. Weg. Echt verdächtig, oder? Und eine echte Schande, dass niemand etwas unternimmt. Diese Welt, ha? Leute, die einfach so verschwinden, das ist ja gruseliger, als ich es bin. Warte, du denkst doch nicht. Darauf kannst du wetten. Das muss das Werk eines Yo-Kai sein. Du hast völlig recht, der zwei Markus. Los geht's. Finden wir heraus, wer die Leute vom Schrein verschwinden lässt. Der sollte sich an unmittelbarer Nähe befinden, oder? Egal, wenn du ein monströses Yo-Kai dahinter steckst, er kommt damit nicht davon. Wir brauchen eine heiße Spur. Na los, frag den alten Mann mehr nach Details. Ein guter Plan. Die Leute, die verschwanden, wissen sie, wo sie sie zuletzt gesehen haben? Klar weiß ich das. Wenn du die Treppen auf deinem Weg hierher gesehen hast, war dort. Jetzt wirst du drüber nachdenken, ist die ganze Sache schon komisch. Jeder, der verschwand, kam nach einer Weile wieder. Grinsend, als würden irgendwo gratis Kätzchen verteilt werden. Keiner von ihnen konnte sich jedoch erinnern, wo sie gewesen sind. Hm. Das ist echt komisch. Vielleicht nimmt der Schutzengel vom Schrein ja sie auf eine Spritztür mit. Schutzengel? Nicht ein schelmischer Joker? Und ich dachte schon, ich hätte für uns ein Problem zum Lösen gefunden. Na wisst du, aber du bist ernsthaft enttäuscht deswegen? Ich? Nein, wie kommst du denn da drauf? Hey, es kann immer noch ein Yokai sein. Wir wissen es erst hinterher. Ja, das ist die richtige Einstellung. Falls es ein Yokai war, vermute ich, dass er sich immer noch hier herumtreibt. Lass uns in der Gegend der Treppen suchen. Verstanden. Äh, ja. Das klingt nach einer kurzen, knackigen Sache. Äh, warte. Aha. Ja, nee. Echt nicht? Ja. Ach, Moment. Hier ist er sehr schwach. Ich depp. Aha. Ein Portalex. Hahaha. Du bist schuld? Warum? Okay. Können wir dich in Zukunft auch benutzen? Das wäre geil. Wobei, der andere ist ziemlich nah. Ha, ich wusste es. Du bist derjenige, der die Leute verschwinden lässt, oder? Ich wäre mir dann nicht so sicher. Hä? Das ist nur ein Portalex. Falscher Alarm. Tut mir leid. Näh, für wen hast du mich denn gehalten? Niemand Spezielles. Aber weißt du, hier geschehen zur Zeit seltsame Dinge. Hey, warte mal kurz. Oh, hast du das Rätsel gelöst? Vielleicht. Überleg doch mal. Portalex kann Leute teleportieren. Richtig. Geister noch eins. Du hast recht. Natürlich kann ich das. Soll ich euch etwa auch teleportieren? Los geht's. Ah, wohin hat er uns gebracht? Ah! Warte, was auch immer hier gerade geschieht, passiert gegen meinen Willen. Ich nehme es für einen Anwalt zum Protokoll. Ah. Das ist wieder so eine Zeit mit dem Fest, ne? Oh, scheint das sein. Wir diesmal diejenigen, die verschwunden sind. Ja, darauf war ich nicht vorbereitet. Dafür wissen wir jetzt, was es mit dem dubiosen Verschwinden auf sich hat. Das ist Portalex' Schuld. Meine Schuld? Nein, nein, ich habe sie nur auf Wunsche hergebracht. Was meinst du, dass du nur Handlanger eines geheimen Drahtziehers bist? Warte mal kurz, sind wir nicht immer noch im gleichen Ort? Huch, aber nur das Licht ist plötzlich anders. Das ist komisch, oder? Oh, diese Dekoration. Es ist ein Festival im Freien. Gut beobachtet, Let's Play, Markus. Das ist hier gar nicht der Schrein am Waldberg. Ich wette, wir sind am Lager der wahren Übeltäter. Lass sie uns suchen. In Ordnung, dann mal los. Viel Spaß beim Festival. Ist doch schön, dass er das macht und so. Okay, okay, viele Quests haben wir zur Zeit aufgetragen bekommen. Oh, ein starker Yoke ist in der Nähe. Sowas habe ich noch nie gespürt. Es ist nicht Portalex, so viel kann ich mit Sicherheit sagen. Es ist, es kann nur der Drahtzieher sein, der die Leute anführt. Ich bin mir sicher. Lass mich die Gegend mit der Yoke Watch absuchen. Krass, Mann. Okay, an dieser Schnelle werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Okay, ist der Daumen oben? Werd ich euch loben, verpasst das nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.